Oh, die Kamera läuft. Die Kamera läuft. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Hallo. Liebe Auerhagenfreunde. Und Modellbahner. Es kommt was ganz Tolles auf Sie drauf zu. Wir planen nämlich gerade hier eine ganz tolle Sache für Sie, nämlich am 3.10.2020 um 10 Uhr, voraussichtlich 17 Uhr, könnte aber auch etwas länger gehen, eine ganz tolle Live-Sendung. Genau, und zwar live aus der Firma Auhagen. Und wir haben viele, viele Überraschungen für Sie dabei im Gepäck, auch viele Leute, viele Themen. Ich denke, das wird eine richtig klasse Sache, oder Frank? Am meisten haben mich natürlich die Überraschungen, die ich jetzt vorab schon mal sehen durfte, interessiert. Das wird Sie wahrscheinlich umhauen. Ich kann Ihnen nur versprechen, wenn Sie nicht dabei sind, haben Sie wirklich was verpasst. Ja, also nehmen Sie sich an dem Tag nichts vor. 3.10. diesen Jahres. Gucken Sie rein bei Xtrain24. Und ich glaube, dann werden wir zusammen einen richtig tollen Tag verbringen. Natürlich werden wir dann auch überall, auch auf den Seiten bei Auhagen natürlich, die Möglichkeiten, wo Sie sich das ansehen können, veröffentlichen. Das heißt, das läuft über einen YouTube-Kanal. Sie werden alle Infos bekommen, alle Inputs bekommen. Und das Schöne ist, Sie dürfen auch Fragen stellen während der Sendung. Genau, live, per Telefon, per Internet, alles, was Ihnen einfällt. Fragen Sie uns Löcher in den Bauch, denn, das dürfen wir, glaube ich, schon verraten, es wird nicht nur, ich werde nicht nur als einziger Modellbauer da sein, sondern wir haben noch einen zweiten, einen Gast eingeladen. Wer es ist, verraten wir noch nicht. Nein. Auch den dürfen Sie löchern, bis er nicht mehr kann. Also ich denke, das wird eine ganz tolle Sache werden. Wie gesagt, am 3. Oktober, gut vormerken, schicken Sie Ihre Familie in Urlaub, setzen Sie sich zu Hause vom Fernseher von 10 bis voraussichtlich 17 Uhr. Wenn wir ein bisschen länger brauchen, machen wir auch bis 18 Uhr. Aber auf alle Fälle einen Tag live aus der Firma Auhagen mit allem, was Sie sich vorstellen können. Es wird sich lohnen. Bis dahin. Bis dahin. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.